guten morgen so dann müssen wir weiter unsere aufträge abarbeiten mal schauen dass der mal alles mit so dass einen kraftstoff mehr dass das gleich mal wieder auffüllen so wasser ich muss wasser kaufen gehen machen kann ich mir keines oder nee ok gut heute haben wir nicht mal post wie viel geld drama 3.000 haben wir schon wieder ok schauen wir mal ob man irgendwas mieten können er hat schon wieder quest für uns was möchtest du ja mach mal so aber ich möchte auch noch 1400 ok wir lernen uns aus egal wie wir mieten es jetzt einfach und regeln ob wir dann so dass es so regeln das ist kein oregano das ist sandreis ok haben wir hier oregano und hier haben wir noch einen hinten war letztens nichts ich glaube jetzt auf nicht aber da hinten ist aber noch einer da müssten wir es eigentlich haben so war einmal hier kann man ja tiere kaufen oder du kannst ihre im wanderers jack meladen y kaufen ja ja ok ok ist klar ist klar ist klar ist klar so produziert hühnerstall okay das heißt wir werden jetzt demnächst mal irgendwann schauen dass man uns da ist irgendwo eine truhe dass wir uns irgendwann mal und links machen wie heißt es wir müssen mal unser haus als unseren hof aufwerten dass man mehr platz haben und dann werden wir uns so scheunen und solche sachen zu legen so wie sie jetzt mein jagd mehl also warte ich muss kann kuba abgeben so bitteschön was du wirst erst hä ist jetzt komm ich da rein tatsache ja aber wo hä hier ist aber nichts mehr wo habe ich die oregano übersehen wo habe ich die oregano übersehen oder meinte auch das hier Dann schauen wir mal, ob er es uns jetzt abnimmt. Okay. So, dann, was haben wir sonst noch? Gar nichts. Okay. Dann auf zur Handelsgilde. Aber ich kann noch nichts kochen. Wie soll ich? Bei ihm kann ich auch nicht kochen, oder? Nee. Vielleicht da hinten. Oh. Auf diesen Haftnotizen befinden sich mehrere Rezepte. Ei-Roll-Len-Rezept. Mische Eier, Mehl und Milch gut mischen. Genieße die Zutaten in einem Pfann und erhitze sie drei. Drittens füge Sand für den geheimen Knuspergeschmack hinzu. Das ist ein Witz. Ja, aber da kann ich ja auch nicht... Irgendein Gericht soll ich ja mitnehmen. Das kann ich hier aber nicht kochen, oder? Also kaufen. Äh... Blumen da? Also, das ist schon vorbereitet, oder was? Okay. Gut, dann holen wir uns. Wieder Aufträge. Ist heute was drinnen? Nee. 800. Ein Besitz. Wir nehmen mit. Nehmen... Können wir nicht. Dann kann ich hier wahrscheinlich auch nichts mitnehmen. Ah, okay. Also, was, das sollte ich mir kaufen. Warte, warte, warte. Machen wir das noch schnell. Was leuchtet da jetzt auf? Aufträge auf Sanddruck für die Heidi. Okay, dann machen wir das jetzt dann auch gleich noch. Achso, das ist... Der Auftrag von der Handelsgilde. Okay, okay, warte. Wenn wir schon hier oben sind... Eigentlich hätte es nur E drücken müssen. So, dann nehmen wir hier wieder mit. Passt. Dann haben wir eh schon wieder kein Geld mehr. Ach, schön. So, dann bitteschön. Was, Geburtstag? Achso, Geschenk geben. So, wo kriege ich jetzt die verdammten Stahlstangen her? So, dann bleibst du hier. Dann gehen wir hier schnell gießen. Hier, hier können wir ernten. Was sind denn das? Rosenweiden. Ah, die Pflanze ist noch nicht. Okay. Und hier haben wir... Sandlauch. Du gehörst auch noch gegossen. So, Rosenweiden. Rosenweiden und Sandlauch. Sandlauch, der ist... Ah, ich vergesse immer, dass ich da ja das... Links auch braucht das hier. So, jetzt aber. Okay. Hier... Äh... Sandlauchsamen. Wie kann man hier hin? Und dann brauche ich noch die. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir das. So, Truhe. Alles sortieren. Okay, 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 okay. Dann brauchen wir noch welche. Von Monster. Das glaube ich, wird mir aber dann ablaufen. Okay, das ist klar. Drei Tage. Kartoffeln. Das sind die hier. Die brauchen noch ein bisschen. Oder ist das wieder was anderes? Warte, jetzt muss ich nochmal schauen. Ah, das sind gerade Tomaten. Hm... Was ist das? Wow. Und dann? Was ist das? Tomaten und Kartoffeln hervorbringen Aha, okay, okay, okay Verstehe ich schon Das ist das und das können wir jetzt wieder reingeben Das können wir reingeben Das können wir reingeben Und das Wasser geben wir auch rein Okay So Das dauert noch Verdammt Holz So, machen wir das mal Hier kann ich ja gar nichts drin machen Aber Gecko-Station Komme ich da irgendwie zu? Aha Wo hat Gecko-Station Verlorenes Paradies Da komme ich noch nicht rüber Aber ich könnte ja schauen Da bin ich da irgendwie hoch Ne, da komme ich nicht hoch Das ist die Ich Bin ich da nicht schon irgendwie hochgekommen? Ich weiß nicht, ob ich da runter soll oder besser gesagt darf. Ob ich hier dann wieder rauskomme, ist halt so eine Geschichte. Okay, von hier drüber eventuell, okay. Aha, da komme ich nicht runter. Dann nicht. Vielleicht wirklich, dass ich die Map mehr aufdecken sollte. So, pass auf mal. Hier ist abgesperrt noch. Da komme ich nicht rüber. Da komme ich sowieso auch nicht rüber. Da darf ich auch noch nicht weiter. Und hier hinten? Blablabla. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier. Ja. Ja. Aber da komme ich nicht hoch. Okay, warte. Ich schaue jetzt mal, ob ich... Ne, hier gehen wir nicht rum. Ich will keine schlafenden Hunde wecken. Sicher ist sicher. Und da darf ich wahrscheinlich noch nicht weiter. Okay. Okay. So, warte mal. Wir sind jetzt hier. Hier ist das. Aber wenn ich hier jetzt runtergehe... Was ist das? Also, das ist... Okay, okay. Das haben wir hier schon. Das ist halt die Frage, ob hier noch irgendwas ist. Sie sind zwar Gegner, aber ich weiß nicht, ob ich an denen vorbeikomme. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Au, 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 au. Weg, 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 weg. Ich weiß nicht, ob die mein Jagdmähl auch angreifen. Okay, egal. Wir gehen durch. Ich probiere. Ich will wissen, wo ich da hinkomme. Ötland. Ja, was ist hier? Okay, ich schau mal. Was ist denn das hier? Schwefell. Oh, mein Gott, das ist ein scampione. Oh, mein Gott, das ist ein scampione. Oh, mein Gott, das ist ein scampioneer. Oh, mein Gott, das ist ein scampioneer. Ich bin da hier, jetzt. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, ob ich da jemals wieder nach Hause finde Ich weiß ja nicht Ich hab keine Ahnung, wo ich da hinlaufe Ich frau mich hier nicht runter Okay, wie komm ich wieder nach Hause? Ein Pfefferbaum Die könnte ich sogar mitnehmen Aha, Pfeffer Aber soll ich mal probieren? So, das krieg ich noch Oh doch, das krieg ich runter Oder ich hab ja Ich hab ja Das müsste eigentlich mit dem gehen, oder? Oh nein, ich muss zur Einweihungsparty Bis ich da wieder hinkomme Okay, warte, öffnen Was ist denn, Spinnel? So, warte, von wo? Bin ich denn gekommen? Von da drüben So, wir gehen weiter Einfach ignorieren Einfach ignorieren Einfach ignorieren Einfach durch Einfach durch Der dreht sich im Kreis Okay Jetzt sind wir hier Okay, okay Einfach durch Einfach durch Einfach durch Aus dem Weg Aus dem Weg Aus dem Weg Okay, verdammt Das ist 18 Uhr 3 18 Uhr 5 Ich werd das nicht schaffen Ja, 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 ja Adios, amigos Bleibt liegen Schlaft euch aus Ruht euch aus Okay So, dann schauen wir mal Ich hab halt keine Gecko-Station Ich hab noch keine Gecko-Station So, ich hoffe ich komm noch Irgendwie rechtzeitig Versprechen kann ich nix Einfach rennen Einfach rennen Wie soll ich denn das machen Ich hab keine Küche Ja, dann mach die Einweihungsparty Ohne mich Ist eh Recht Okay So Ja, ja Ich kann's nicht machen Ich weiß nicht wie Deshalb geh ich jetzt hier rein Ich geh jetzt meinen Fuß abbauen Bei den Tieren da drinnen Sofern ich schaff Ich probier mittlere Okay, wir bestätigen 120 Das geht okay So Was haben wir noch? Ja, das geht schon eher So Aber Ruhe ist nix Da ist nix Da ist nix So Stallstange Ich hab eine bekommen Ich glaub ich Träume Ach So Hier geht's weiter Perfekt So So Da haben wir auch noch so ne Ameise Weg mit dir Da ist noch ne Puh Hä Achso, warte Da komm ich So Sonst ist hier nix Sonst ist hier nix Gut Aha Das war ein neuer Warte Da ist ne Tue So Dann gehen wir hier rum weiter Das geht nix Stark Das greift man natürlich auch an Du bleibst auch nicht alleine hier Okay, dann muss ich dann wahrscheinlich eh weiter Ey, was ist mit dir? Du erlaubst dir ja was Okay Gut Dann weiter Alles nix Auf In die nächste Ebene So Nebenbei gleich umschauen Ist hier ganz wo ne Tue So Oh Oh, verdammt Bist du dir mir auch was? Ach Scheiße Er kann passieren Mal leeren die Hausspieler So So Em Wart Okay Ich geh da mal rein So Da wird wahrscheinlich Oh Da oben Sehe Mera Rektor Wie krieg ich das runter? Ah Ah Okay Hallo Das kann ich gut gebrauchen Sehr schön So Da ist der nächste Alter was Ein Labyrinth Ist da auch noch eingebaut Oh Jetzt hab ich mich erschrocken Da steht auch noch keiner So So Uwe Da hinten ist auch noch eine So Gut Ups Falschausgang Hier Okay Und hier wird's Ups Nein Ist schon der Nitzel Der auf eine Pracht Prügel wartet So Und tschüss Könnte auch was drin sein So Warte Dann nehmen wir auch mit Jetzt werden wir dann Leben Ich weit Geschafft haben Jawohl Sonst ist nichts mehr da Du Auf geht's So Er ist nur der eine Okay Okay Der lädt sich gleich mal auf Au 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 Sag mal Schwimmst du Ich bleib einfach dran Egal Wir haben ihn Wir haben ihn Wir haben ihn Und Und Er ist weg So Danke Fast Haben wir abgeschlossen Was kriegt man? Ah Verdammt Keine Stahlstangen Fortverlassen So Dann Ist jetzt eh wahrscheinlich schon wieder ziemlich spät Ja Gut Dann Ja Die Einwägungsparty Ich kann es Ich kann es nicht kochen Wie denn? Kann wieder halt morgen enttäuscht sein Aber Was soll's Es geht nicht anders Ich habe keine Küche gefunden Und ich selbst kann es nicht machen So Dann bleibse Und wir gehen gleich ins Bett Halb zwölf Zahlt sich nicht mehr aus Irgendwas zu machen Sag Dankeschön Und gute Nacht Bis zum nächsten Mal